Es ist auf einen nämlich Güter Netzer, der noch das Hosen-Trikot hat, aber es stimmt gar nicht. Es gibt nämlich noch einen zweiten, der noch sein Trikot anhatte. Ja, so ein schönes Trikot keiner wollte es haben. Der Güter Netzer hat das wahrscheinlich als Souvenir sein letztes Spiel. Er ging ja anschließend nach Erl, wollte das, meine Vermotung, ich weiß es nicht, wollte das dann mitnehmen und deshalb war es, gibt es ein Mannschaftsfoto, das stimmt. Deshalb wird er als Einziger noch in seinem ursprünglichen Trikot und ich, ja, deswegen bin ich aufgefahren. Warum hast du nicht getauscht? Ich weiß es, ich gebe da nicht her, aber was wertvoll ist, gebe ich schlecht ab. Kann ich auch nicht dazu sagen, das wollte keiner. Das wollte keiner, die waren so sauer, dass ich mich gut gehalten habe, wollte keiner.